Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge TDT mit Arnausen, Team Pilsmeet, ne stimmt nicht, Sepp fehlt, sorry. Dafür haben wir Dardosch heute dabei, als selber Satz, hallo Dardosch und natürlich wie immer dabei, der gute Dalu-Card, hi Dalu, funktioniert, den hier Little Helper oder wie der heißt, den muss ich beinden, ne? Genau, und Slow Motion auch, hast du die aber schon, weil die haben doch die meisten schon gebeint. Oh nein, geh weg, Bram. Ne, hab ich beide nicht gebeint. Ich würde euch auf jeden Fall... Ich hab überhaupt nichts gemacht, ich will nicht in deiner Nähe sein. Man ey, den Hacker kann ich ja dann überhaupt nicht gebrauchen, was heißt denn hier TLH, Seconds und Shield? Das ist Little Helper, ne? Ja. Bram ist... Oh. Wolltest du gerade Dalu-Card töten? Ne, ich glaub, wir würden die ganze Zeit treten durch die Gegend, dann kommt das rein in die Ecke. Okay. Ja, aber das stimmt, das ist Sparta, hast du schon echt die ganze Zeit übergehört. Ja, okay. Ja, ich will gucken, ob man hier noch irgendwann aufmachen kann. Hey, die schönen Vorhänge brauchen wir. Was ist das denn hier? Hier ist eine rote Exploding Microwave? Leuchtet die rot? Ne, grün. Hier ist eine rote Microwave, hast du gesagt. Nein. Nur der Trader sieht die rot. Die war grün, aber die ist gesagt. Hier ist eine rote, neue Microwave. Alles klar, wo ist denn der Juni schon? Sehen denn die Inno-Card den grün? Nein, auch nicht. Dann ist doch viel sicherere Aussage dann. Aber, aber die Sache ist halt die... Ich glaub, Jay fühlt sich schon so gar nicht ziemlich erwischt. Ich bin schon abgefuckt, ey. Ich bin schon abgefuckt, ey. Ich bin's nicht. Wo ist er denn? Echt jetzt? Ja, klar. Oh, warte mal. Es wurde im Tresor. Hallo! Nein! Du Ficker! Ne, die leuchtet grün. Das wollte ich mir aber erst für danach aufheben. Ich wollte erst auf das rot eingehen. Ich hab übrigens gegessen. Also... Boah! Die Leute müssen auch einfach mal gegessen werden. Ne, ich bin Vampir. Ich hab einfach seine Leiche gefressen. Ja. Wo ist denn diese rot leuchtende Microwave? Muss ja jeder näher sein. Ich glaube, wer hat Bram weggeschrossen. Mit? Wait! Nein! Peter! Du kommst nicht an den Schauplatz des Verbrechens zurück! Nein! Nein, tu ich nicht! Das war tatsächlich Zufall. Bram ist explodiert. Hallo, Daniel. Das war vielleicht die rot leuchtende Mikrowelle. Das könnte wirklich sein! War die da vielleicht? Die rot leuchtende Mikrowelle. Augen zu, Flashbang. Die war aber schon krass. Peter. Peter hat gerade den Speer geworfen des Schicksals. Jetzt unter die... Aua! Peter! Hilfe, Hilfe! Am Casino-Raum. Da, wo gegambelt wird. Ja, ja. Hab ihn gesehen. Ich hab... Nein! Peter kommt wieder. Draußen nach draußen laufen. Er kann nur draußen spawnen auf der Map. Ich vertraue dir nicht. Ja, ich hab doch schon einen Trailer gekehlt und gegessen. Ja, aber du kannst doch Schakal sein. Ja, du auch. Oh, ich hab jemand getrunken. Wenn Christian jetzt noch redet, ist er Schakal. Warum das denn? Weil... Peter hat dich doch erschossen gerade, oder nicht? Nein! Ich hab's doch gesehen! Doch, stimmt! Ich hab nachgeladen und dann hat Peter mich... Nein, der hat sich nicht erschossen! Nein, nein, der hat noch voll lebend von dem! Der hat... Ihr habt... Das heißt, ihr seid beide gleichzeitig gespawnt. Seid ihr beide gespawnt, hast du Peter dann nochmal erschossen. Nein, nein, nein! What? Der war ne Diegel, Peter. Peter lebt übrigens noch. Nein. Peter ist Trailer. Peter ist tot. Warum denn? Wollten Fernkampf, ey. Was stimmt denn heute schon wieder nicht? Christian, wo bist du denn? Moment, Moment. Wo soll ich dich denn suchen? Ich such dich doch. Hey, dann... Wo bist du? Ich glaube, ich hab dich auch gehört. Das Problem ist, ich bin nur... Falsch. Ich hab dadurch gefunden. Jetzt weißt du, wo ich bin. Genau. Weil ich noch weiß, wo ich den erschossen habe. Ich hab dich doch gesehen. Ich hab dich doch gesehen. Wo bist du denn? Weil Dalu, für dich zur Info, ne Mikrowelle ist weiß, wenn man die als Inno anguckt. Deswegen hab ich die nicht gesehen. Ja, die leuchtet einfach nicht. Die leuchtet nicht. Genau. Die leuchtet nicht. Aha. Die leuchtet nicht. Die leuchtet nicht alle angucken. Verdammt. Verdammt. Ich dachte halt, vielleicht wär das irgendwie auch so ne Mikrowelle oder so, die dann irgendwer ins Neues geplantet hat oder so ne Scheiße. Deswegen wollt ich halt fragen. Warum habt ihr die denn alle angucken können? Normalerweise stirbt man doch, wenn man das wieder anguckt. Ja, Jay kann sie angucken. Aus der Distanz. Achso, Jay, das Leuchten als T siehst du ja, glaub ich, echt gut. Moment. Wenn ich als Chakal ne Mikrowelle plante, können die T's davon nicht stören. Ich glaube, sie müsste explodieren. Ich bin Magician. Aber sie leuchtet halt trotzdem rot, leider. Oh, Magician ist gut. Aua, ich hab gerade Damage gekriegt, random. Ja, das war der Gambler. Ja, ich weiß. Ich möchte euch allen ein Geschenk geben. Hier auf diesem Casino-Tisch. Ich möchte davon erstmal die Schrottflinte haben und dir dann... Ich möchte einfach mal überleben. Wie wär's, wenn du das nicht tust? Okay. Aha. Alles gut. Wo ist denn da, Josh? Ja, du hast es halt. Dick. Gibt's da irgendwo so Loch, wo ich mich vergraben kann? Alter, okay. Da seid ihr aber schön gegeneinander gelaufen, da hat einer von euch gekauft gerade. Ja. Nee. Beide wahrscheinlich. Was hast du da eigentlich in der Hand, Christian? Ninja-Stern. Schuriken. Traitor und Jackal sind gegeneinander gespruchen, beide beim Shoppen. Ja, sah ein bisschen zu aus, ehrlich gesagt. Da wüssten sie aber jetzt voneinander. Das wär gut zu wissen. Wer war das denn, der da nebeneinander gesprungen ist? Ich und Chris. Richtig. Hä? Christian ist schon wieder irgendwo gegengelaufen. Also langsam. Ja, hi. Bist'n du jetzt so weinerlich, Dado. Warte ich nicht verstehe. Alles sind meine Feinde. Alles wollen mich durch. Wenn Peter mich immer beim Kaufen sieht, der hat noch nicht auf mich geschossen. Letztes Mal hast du mich direkt weggeknallt, Peter. Ja, letztes Mal war ich mir sicher. Also da bist du wirklich die ganze Zeit rechts entlang gelaufen. Da war ich mir 100% sicher. Jetzt bin ich mir noch nicht so 100% sicher. Dado, warum ist die rot leuchtend? Ich fand das gerade gut. Aber das konntest du ja nicht wissen. Lustig war es trotzdem. Ich weiß, das wusste ich auch nicht. Hallo. Was macht die Mikrogelein? Das geilste, Fabi, wie du danach gesagt hast. Die leuchtend grün. Sag mal. Hälfte. Hab ich doch gesagt. Ich random damage. Hab ich am Anfang angekündigt extra. Was soll ich denn sonst sagen? Ich hab dich gerade gefragt. Da hast du einfach nicht reagiert. Ja, da haben alle so viel gelabert. Da hab ich dich nicht gehört. Ja, ja. Er war gerade Einkaufen und beschäftigt. So, Bram is it. Ich geb 20% auf Bram. Ich geb 20% auf Christian. Ich geb 120% auf Christian. Ich geb 120% auch noch auf Daniel. So, aber ich glaube, dass Peter mich weggeschossen hat. Bram verfolgt mich! Ich wollte nur mal kurz gucken, was er da gemacht hat. Er liebt dich. Scheiße, jetzt bin ich gegen Peter gelaufen. Ja, frisst du halt wirklich! Boah, Christian, möchte ich das nächste Mal sehen, weil ich echt ernst hab, dich wegzustehen. Alter, ist da James Bond hier? Macht das immer nicht, Peter. Ja, Peter auch. Ey, frag mich, wirst du eigentlich hört. Ignoriere ich einfach. Hallo. Ey, Dalu, ist das hier, ist das hier Sean Connery? Where? War ich smart? Ein bisschen Angst hier zu wollen. Hier oben an dem, da oben ist ein Bild. Die wichtige Frage ist, wo ist Dados? Ey, Dalu, da oben ist ein Bild über mir. Also ist ein Bond. Ist das schon länger nicht mehr gesehen? Ist das James Bond? Das ist doch Sean Connery, oder? Sehr verdächtig. Moment, wer ist das? Das war James. Wir haben trotzdem immer noch ein bisschen Angst. Ne, das ist Dalu. Da, Lu. Nicht mehr hinterherlaufen. Das ist ein Verhör. Wo ist das? Hier unten am Klavier. Alles klar. Dann hast du mit Dados gesprochen. Auch anat Jefferson. ed- feth fl rennt auf jeden Fall. B pred critic b!!!! Abolent im Sharp. Ri wir mal die Wuppe. Ich glaube... Hast du jetzt am Ende echt Bram sagen wollen? Aber das Problem ist. Du sagst immer Bram. Okay, alles was ich jetzt noch sehe. NIE!!! Dalu, bist du Innocent gewesen? Nice, brav. Ich war Jakob. Ah, okay. Ah, lachen. Dann hättest du Christian als Innocent gekillt, das wäre lustig gewesen. Ne, 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 ne. Recht, Peter. Wieder dieser Versuch. Dalu, Alter, wie kann man so gut schießen? Das ist doch unfassbar. Hex. Du bist aber auch frontal. Ja, also du hättest vielleicht nicht mehr in den Rücken schießen sollen. Ich werde dich jetzt nur noch mit irgendwelchen fiesen Trailer-Items killen. Ja, aber schon wieder willst du mich als erstes killen. Alle waren noch lustig am Leben. IMMER dich als erstes killen. Alles andere als Selbstmord. Alle waren lustig am Reden. Dann schießt er auf mich. Das sagt nicht mal was. Kein Roleplay. Einfach direkt geschossen. Alter, als Nischar bin ich ja richtig schnell. Ist das neu? Dead Ringer. Ich bin... Ich bin der Seher, Alter. Troll. Moment, wer war denn da der Troll? Ich bin der Troll. Ich bin der Troll. Nee, diesmal nicht. Wer ist denn Magisten da? Winter bist du 25% schneller und machst keine Steps. Ich bin Magier. Dalu. Das heißt, du hast den Dead Ringer? Ja, ich hab ja auf Dead Ringer gesucht. Hast du den Dead Ringer? Hast du den an? Teleporter. Warum hast du Schaden? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ich hab keinen Schaden und es leben noch alle, weil ich... Was kann die Goldene Diegel? Die Goldene Diegel tötet jemanden, der eine andere Rolle hat als du mit einem Schuss. Wenn du aber als Inno auf einen Inno schielst, stirbst du. Ich hab grad mal Bram weggemacht, der Schakal war und einfach im Tresor in der Ecke stand. Also, wenn du den Falschen erschießt, sozusagen stirbst du dafür. Ja, dann find ich ne lustige Waffe. Das ist ja jetzt mittlerweile... Wie viele leben noch mit? Hier klingelt's. Der ist immer noch tot. Okay. Ja, der liegt hier. Alles klar. Das sind irgendwie vier Leute noch. Ich bin abgezogen. Das heißt, 50%ige Chance, dass ich jetzt einen Traiterkill mit der Diegel oder mich selbst. Ich kümmere mich um die Leiche von Bram. Warum sollte man sich um die Leiche von Bram kümmern? Weil ich die essen möchte, was ich nicht kann, aber ich kann sie verschwinden lassen. Traitor oder Inno. Wir müssen irgendwie hier aneinander vorbei. Warte, ich geh raus. Ich bin auch schon oben rum weitergelaufen. Oh wow. Na Dalu, was hast du da gemacht? Ja, das ist die Leiche von Bram. Ja, ja. Dalu ist es. Ich hab hier meinen Teleporter markiert. Ja, ja. Dalu ist es. Dave will zur Leiche von Bram. Jetzt hab ich extra Second Chance gekauft, damit er mich nicht abballert. Wieso bist du... Haha! War das Peter? Ich glaub, es war Peter. Du hast Second Chance gekauft, damit er dich nicht abballert. Ja. Dalu ist es doch. Der hat gesagt, er hat Second Chance gekauft, der Schlöpfer. Ja, genau. Weil das halt ist. Weil ich mich einfach verraten hab. Da hat er auch schon den Dingens an. Oh, er kann sich nicht mehr bewegen. Oh, kann ich mich nicht mehr bewegen? Wegen der Freeze Gun. Das sah so gut aus, Peter. Wollte eigentlich nur ein bisschen mit Dalu, ähm, Quatsch mit Jalen spielen. Aber leider wart ihr schon im Feuergefecht. Ja. Gut gemacht, Christian. Danke, Peter. Ja, ich dachte halt, er würde da kaufen. 50-50, Litzke. Ja, er stand da in der Ecke und ich dachte halt, okay, er kauft da, denkt ihr, keiner sieht ihn so. Und dann, hm. Da liegst du da. Du musst, wenn du stuck bist, immer sofort schreien. Weil wenn du bei uns zwei Sekunden stehen bleibst, bist du schneller geschossen. Immer. Selbst wenn du sagst, gehst du mal eben zur Tür. Ja, oder wenn du Bram zum Nachdenkommst. So, helder. Siehste? Schon wieder der beste Fortnite-Spieler, den es gibt. Hä? So, der Michael Schiffer. So. Du hast das Bild runtergeschmissen. Nochmal. Wie will ich denn? Ich spiele ja sehr. Okay, oder immer noch. Scheiße. Spielen wir eine neue Runde? Ja. Ich spiele keine neue Runde. Wir haben alle nochmal wiederbelebt und jetzt nochmal neu. Jetzt gehts richtig los. Keiner weiß zwei, was es ist. Ich bin kein Jackal, deswegen muss ich eine neue Runde sein. Scheiße. Für den Hacker muss jemand was ein. Ich kenne gerne Waffe. Ja. Ich poste euch die auf jeden Fall nach der Map. Ich bin mir nichts. Ich glaub, Jay hat auch mich geschossen. Aber ich will nicht so random töten. Doch, töte ihn. Nee. Hat gerne eine Waffe? Liegt da eine? Ja. Hat Jay dich random angeschossen? Nee. Ich glaube, er hat auch nicht geschossen. Er hat auch nicht geschossen, glaube ich. Und er hat sich nicht getroffen. Nein. Ja, mit der Shotgun hab ich nicht auf die Distanz geschossen oder getroffen oder was. Das ist wie verarscht. Ja, ist halt kein Skill, ne? Ja, kein Skill. Kein Skill. Ich glaub, bis dato haben mich alle getötet. Nur du nicht. Oh! Oh! Challenge? Wollen wir das Spiel spielen? Oh nein. Oh Gott, dann kommt man wieder viel zu nahe hier, ey. Ich bin für das Game. Ich bin für das Game. Ich bin für das Game. Ich bin auch für das Game. Der ist aber anders gestorben, oder? Nein, er ist hochgesprungen. Nee, nee. Und dadurch hat ihn auf den Boden geprügelt. Und dann ist die Leiche direkt... Er hat ihn einfach gestorben. Ich hatte echt... Ich pass mich eurem Spielstil an. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Das ist also echt... Okay. Ja, okay. Whatever. Den lass ich dir durchgehen. Laut meiner ewigen Sicht fehlt noch einer. Das weiß ich aber. Ich seh auch nur vier Radarpunkte. Oh Gott, ich darf echt... Oh! Ich bin Kopfgeldjäger. Ist Christian safe tot, oder nicht? Nee, nee. Er hat sich aufgeteilt. Ich bin Betrüger. Okay. Also Dadusch und Peter sind Trader. Okay. Gute Aussage. Dad, was machst du da eigentlich? Nicht in der Scheißrecke. Ich hab ne golden Diegel, ey. Ja, schieß auf mich! Nee, Moment. Ordere dich zum Duell. Was hat hier vibriert? Was war da? Oh, da ist jemand gestorben. Hinter mir. Was war das denn für ein Ding, Christian? Der One-Man. Der war One-Punch. Genau, der One-Punch-Man da. Und der ist tatsächlich mal, wie die Beschreibung auch sagt, One-Punch. Endlich mal etwas, was in der Beschreibung stimmt. Bram, wie hast du mich geschildert? Mit nem Schuss, mit meiner Schrotfläche in meinen Kopf. Ja, ich möchte einmal kurz nochmal genau... Dadurch machst du das genau richtig... Einmal Augenmerk auf die Punkte legen. Schon... Ey, ich spiel ja nicht auf die Punkte hier, ne? Muss man auch. Nee, aber Dadurch, ich... Ich muss ganz ehrlich sagen, du hast gerade ein bisschen Respekt auch von mir gekriegt, weil ich das verstehen kann. Ich hätte das nämlich genauso gemacht. Okay, gut. Ja, ich pass mich an. Ich pass mich an. Ich lerne noch. Ich pass mich an. Ich pass dir gleich auch einer an. Wie bist du? Das war schon so lustig, muss ich sagen. Ey, raus hier! Nein! Was ist da jetzt gerade passiert? Fuck you! Bram, du Arsch! Nee, nee! Bram, du Arsch! What the fuck? Wie hast du dir gekillt? Achso, der war jacquard. Okay, alles gut. Alles gut! Ich hab einen Innozenten gekillt! Ja, ja! Ich hab aus Versehen Innozenten getötet. Ey, alles gut. Ich warte nicht. Also, ich warte schon, aber ich warte nicht aufs Absicht. Das ist wichtig, dass man das nicht mit Absicht gemacht hat. Purpose is here necessary. Ich find das gut, dass Jay auch... Purpose necessary. Bram wird richtig philosophisch hier auch noch in der Folge. Na, ich kann Pilar hinterher, ja? Ja, das ist okay. Warum denn? Nur um zu gucken... Ich lauf einfach so gerade wie möglich, okay? Warum bist du denn da doch schon wieder tot? Du hast den nicht Pilar, du hast den nicht gemacht, aber du bist einfach drüber gelaufen. Ich hab den nicht mal gesehen. Ich hab den nicht mal gesehen. Ohne Spaß! Dann pass auf, der kommt Christian entgegen. Hey, der ist Chris! Ich glaub, ihr habt den gemacht. Oder nicht? Ich weiß noch nicht. Wo seid ihr denn? Nee, nee! Oh, krass! Der Dreck vorkommen! Was ist denn da so ne Scheiße? Nee! Aber ich hab dich nicht getötet, Christian, oder? Nee, nee. Okay. Dado, das tut mir leid. Das glaube ich nicht, weil du die ganze Zeit auf mich gezielt hast. Ja, ich kam halt nicht mehr rückwärts raus! Ich dachte mal, was für ne Random Kid ist das denn jetzt? War's ja auch! deine Aussage, dass du noch straight in eine Richtung läufst, wäre ein Hinweis... Ich kam dann nicht mehr rückwärts raus, Dado! Ja, das war auch gut! Aber der hat dich irgendwie direkt weggemacht! Äh, ich hatte... Ich war Magier, äh... Ich war Magier, äh... Ich war Magier, äh... Ich war Magier! Ich war Magier, Alter! Und hast den Dead Ringer! Fällt mich jetzt wieder Spartaner, Dado! Gibt's eigentlich Klassen, die nur Innocenter haben? Äh, nein! Nein, nein, nein! Den Falschen schießt du ja doch nicht an! Wenn das halt safe ist, das... Ah, ja, Brand, ich hab 67 nur noch! Was, nein, nein! Ja, als wenn ich den mit dem Newton Launcher... Ja, ich bin doch gegen ein Schild geknallt, oder sowas! Du Arsch! Du hast Random Damage gekriegt, oder du hast mit jemandem gefeidet? Ja, ich hab dem noch nicht mit dem Newton Launcher... Hab ich dem noch keine Säcke gemacht! Er hat mega Schaden bekommen, Mann! Alles gut! Ja, alles gut! Er wurde mit der Schotte ge... Jay ist Traitor! Jay ist Traitor! Ja, Jay ist Traitor! Ich hatte ihn getötet! Ja, Jay war einer, Alter! Und der andere hat... Ja, ich hatte ihn getötet! Und der andere hat... Was passiert? Das ist... Der ist... Der ist... Der ist... Der ist... Der ist... Der ist... Ja, Jay ist Traitor! Ich hatte ihn getötet! Ja, Jay war einer, Alter! Und der andere hat... Und der andere hat... Nein, Jay hat nicht Bram erschossen! Jay war der andere... Der andere Traitor! Dadosch ist der andere! Eben! Ja! Wird wiederbelebt vielleicht? Oder wir haben noch einen Jackal! Das wäre natürlich ein bisschen schlimmer! Okay, wir haben noch einen Jackal! Okay, wir haben noch einen Jackal! Das könntest du ja sein, Dalu! Nein! Aber ich würde mich gerne zur Verfügung stellen, um Sidekick zu werden! Ha, ha, ha! Jaja... 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 Es ist ja Christian oder du... Ach sch... Jaja... Jaja... Not gut... Jaja... Du hast Dado gekillt und kommst jetzt wieder Hey, gerade hatte ich doch noch... Was ist das denn? Wo bist du denn? Ja, wo bist du denn? Ich hatte gerade noch einen Radarpunkt, jetzt habe ich gar keinen Radar mehr Ich habe dich auch getötet! Ah, ja stimmt Erstmal Kredit snacken Sehr gut, Peter Oh Christian, ich dachte echt, dass du Dado jetzt zu deinem Kollegen machst, da gehst du dahinten tot Das war voll assig Ich habe kurz in den Shop geguckt und dachte mir, ach scheiße, keine Ahnung, wo die blöde Waffe da ist Ich habe dir vertraut Du hast doch keine andere Chance mehr gehabt Ja, ich habe dir vertraut, dass du mich zum Sidekick machst Aber Christian hat nicht gesagt, jo mach ich jetzt Nein, ich bin ja auch immer noch ein bisschen links-rechts gelaufen Hätte ich übrigens auch so gemacht, Christian Das muss ich sagen Oh Wissenschaftler Oh Wissenschaftler Hinter dir ist ein Fass gespawnt, ey Wer ist das? Na, Poldergeist Leute! Du musst mal den Poldergeist auf das Fass schießen, wenn der Troll da ist Oh! Oh! Einfach passiert Das musst du echt noch ausprobieren Warte, warte, warte Oh! Der ist tot Na, ich bin nicht tot Wo ist er hin? Ah, wenn ich jetzt gewollt hätte Hier sind ganz viele komische Leute Hey, 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 ja Das sind auch Menschen Hallo Hallo Okay Bram fliegt Bram fliegt Bram fliegt Bram fliegt Bram brennt glaube ich, oder? Nee, gerade gut Aber alles brennt hier bei Bram Bram fliegt jetzt auch mal Wenn das Bram ist überhaupt Kloppt er das Bram Dann bin ich auch Aber macht ihm das nicht voll Damage? Chris! Oh Scheiße, Christian! Du Arsch! Wie wie Christian, ich hab grad nicht gesehen, Alter! Christian! Au! Ich hab überhaupt nichts gemacht Wer war das jetzt? Stopp, stopp kurz Ich glaub wir sind viele Trailer tot Ja, 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 ja Dann bist du davon, ja? Nein, die Trailer sind alle tot Der war innocent Läubra Nee, 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 nee Dann ist der Peter Wenn du halt nicht bist Alter, ich bin halt nicht Da lebt noch einer Du warst doch grad dadurch erschossen Ja, weil der aus dem Geschümmel Um die Ecke gejumpt ist Und, äh, aber zielend in deine Richtung Und dann dachte ich mir, okay, alles klar Hat der mich als fast nicht gesehen, wo ich die ganze Zeit nicht gegen geflogen bin Fehlt noch Peter Oder ich Oder du Es gab, äh Du hast mich zum T gemacht, oder? Mit der Leiche, genau Ja, ich hab mich zum T gemacht Ich hab selbst nochmal geguckt, welche Rolle ich hab Als ich zwei Trainer confirmed hab Ja, ich hab grad auch nochmal selber mich vermutet, das ist echt nur Edo Dann hab ich, okay Ich find das Feature echt nice, dass man, äh, sieht Das war die letzte Runde, Leute Das war die letzte Runde, Leute Das war die letzte Runde, Leute Dado hat jetzt nochmal 51 Punkte insgesamt bekommen Nice Dadoch Äh, drei Punkte besser als letzte Runde Ich hab leider Teamkill gemacht bei Dadoch, aber Das war wieder sehr lustig Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen Bis zum nächsten Mal Hau dran Azuliverse nen Agent Gn inm ww 进 w's w es